Vielen Dank, der Applaus ist gerechtfertigt. Sind Sie auch manchmal so nervös und überreizt? Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie müssten alles gleichzeitig tun? Figaro hier, Figaro da? Ja, gerade für Sie. Haben wir dieses Mittel. Nee, dieses hier. Schau, wo habe ich denn das? Wo habe ich denn jetzt das Mittel? Ich hatte doch gerade das Mittel noch hier. Warte mal, wo ist denn jetzt das Mittel? Ich hatte es doch gerade. Wir wissen natürlich nicht, was dieser freundliche Hysteriker empfiehlt. Wir empfehlen Ihnen egal. Und für ganz harte Fälle scheißegal. Nehmen auch Sie, scheißegal. Scheißegal, auch für Sie. Mit dem Rutsch-mir-doch-Faktor und dem Leck-mich-Effekt. Aus dem Hause, du mich auch. Mein Mann.